Newsflash! Soeben erreicht uns ein Video-Mitschnitt von einer halsbrecherischen Rettung eines hilflos in den reisenden Fluten treibenden Objektes. Die dramatische Rettungsaktion scheiterte bereits mehrfach und es wurde ein Spiel gegen die Zeit. Die tödliche Staumauer kam immer näher, aber glücklicherweise war eine Gruppe von Fliegenfischern zur Stelle. Ohne Rücksicht auf Verluste wurde eine Solitip zu einem Bergungswerkzeug umfunktioniert. Die Zeit lief jedoch davon und die Retter entschlossen sich deshalb, die Schlaufe um den Hals des hilflosen Opfers zu legen, der einzige Teil, der noch über Wasser war. Kein leichtes Unterfangen, aber die atemberaubende Bergung nahm ein gutes Ende. Kein leichtes Unterfangen Kein leichtes Unterfangen Kein leichtes Unterfangen Kein aprons漂亮